Hier zeige ich dir, wie du auf der Werbeplattform Traffic Exchanges Monsoon Werbung schalten kannst, welche Werbung schalten kannst und wie das Ganze funktioniert. Es gibt bei Traffic Exchanges Monsoon noch ein spezielles Angebot. Also wenn du dich in dein Account eingeloggt hast, dann befindest du dich auf dieser Oberfläche, dann scrollst du hier runter und hier eine interessante Info. Du bekommst mit der Basic Mitgliedschaft hier diese Aktionen. 100.000 Werbepunkte, täglich 500 Werbepunkte, alle 5 Tage E-Mails, also das hier genau durchlassen, bis zu 500 zusätzliche E-Mails, E-Mails an ihre Downline senden, 15% Provision, 5000 Werbepunkte und du bekommst lebenslang den Status Basic Mitglied. Und hier ein Hinweis und so bekommst du dieses Upgrade kostenlos. Hier dieses Video anschauen, hier wird genau erklärt, wie du hier für diese Plattform ein gratis Upgrade machen kannst, ein kostenloses Upgrade. Okay, es geht weiter. Ich will jetzt zu meinem Account und ich bin jetzt in meiner Oberfläche im Dashboard und hier sehe ich meine Werbepunkte und wo und wie ich Werbung schalten kann. Hier sieht man die komplette Übersicht, Home-Einstellungen, Downloads und so weiter. Und wo ich jetzt hingehe, sind die Login-Banner. Hier draufklicken auf Login-Banner. Dann werde ich weitergeleitet auf diese Seite und hier jetzt den Banner-Namen eingeben, Bargeld abholen, hier dann die Banner-URL, den Banner-Code. Den musst du natürlich von deinem Programm haben oder eben selbst erstellt haben, so wie ich. Ich hole mir diesen Banner-Code, das ist dieser hier, Copy, wieder zurück zur Seite und Paste. Dann die Ziel-URL, wo eben der User hingeführt werden soll. Die kommt hier rein, hole ich mir auch. Das ist dieser Link hier. Den könnte man cloaken, aber brauchen wir in diesem Fall nicht, weil der Link ja mit dem Banner-Code verknüpft wird und somit sieht man den auch nicht sofort. Hier den Link hinein und hier dann die Kategorien auswählen. Finanzen und Versicherung und dann hier auf Speichern. Hier draufklicken. So, der Banner wurde erfolgreich eingesetzt. Sie haben 18.300 Werberpunkte. Eine Einblendung kostet 40 Punkte. Und das muss ich jetzt natürlich noch zuordnen. Wenn ich hier auf diesen Banner jetzt klicke, dann wird der User weitergeleitet an meine Landingpage und kann sich hier eintragen und bekommt alle Infos zugeschickt. Ich trage hier 40.000 Punkte ein und gehe dann hier auf Punkte hinzufügen. Hier draufklicken. Es wurden 40.000 Werbepunkte dem Banner hinzugefügt. Sie haben 180.300 Werbepunkte. Eine Einblendung kostet 40 Punkte. Und hier sieht man dann später die Views, wie viele Views schon waren. Und so kann man auch die Statistik verfolgen. Das soll es nun gewesen sein für Login-Banner-Werbung schalten auf der Plattform Traffic Exchanges Monsoon. Den Link für dieses Programm findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen, na dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch in Ordnung. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal. Dann bist du immer up-to-date. Also viel Spaß und viel, viel Erfolg.